hallo ihr lieben so heute ist eine woche vor dem ersten advent und ich dachte mir ich zeige euch so ein bisschen mal wie eine weihnachtsdeko zumindest bei mir aussehen könnte ich hatte ja so ein bisschen mal versucht jetzt einfach mal auszuprobieren ich fand das mit den pilzen gar nicht so schlecht meine herbstdeko und dachte mir mensch so ein tablet mache ich doch glatt für weihnachten auch ich habe jetzt weihnachtssilikonform genommen das sind zwei tannenbäumchen dann so eine kugel und so ein weihnachtsmann und genau also dementsprechend epoxid hart denke ich kennt ihr so ein bisschen mittlerweile ja von mir ich habe es jetzt innen drin so ein bisschen angemalt weil da meistens die effekte noch mal so ein bisschen anders werden als wenn jetzt zum beispiel nur das epoxid hart reingegossen wird ist aber geschmackssache kann jeder machen wie er möchte ich habe euch jetzt nicht weiter so beim kompletten anrühren und so würde ich euch jetzt nicht mitnehmen weil wie gesagt das kennt ihr von mir das ist jetzt schon relativ häufig jetzt gezeigt worden ich sage zwar auch immer mit dazu wenn ihr noch mal konkret etwas sehen wollt schreibt mir das gerne in die kommentare dann würde ich euch da auch noch mal zeigen damit es einfach so ein bisschen jeder einfach so ein paar sachen noch mal sieht wenn es nötig ist und aber ansonsten würde ich es weglassen deswegen ist jetzt eben auch angerührt ist gesagt da habe ich es auch noch eine kleine sekunde stehen lassen weil das einfach sonst manchmal die bläschen eben halt von alleine auch hochkommen ich arbeite nicht so gerne mit dem feuerzeug beziehungsweise bei diesen hohen silikonform macht sich das auch ganz schwer bei tabletts bei untersetzern geht das immer noch aber bei den hohen macht das so wenig sinn und dadurch versuche ich durch das stehen lassen dass die bläschen von alleine hochgehen und dementsprechend versuche ich da einfach die hitze zu vermeiden also ich schaue zwar schon manchmal dass ich noch mal drüber gehen mit dem feuerzeug aber auch nur ganz vorsichtig und ja dann habe ich so ein bisschen da habe ich mich so ein bisschen schwer getan diesmal und das ist glaube ich auch nicht ganz so schön geworden wie es gerne wollte das war nämlich dass ich die lichterkette reingemacht habe mittlerweile glaube ich hätte ich eine andere idee wie es besser machen könnte aber das kann ich erst beim nächsten mal machen weil jetzt ist es leider schon zu spät und dementsprechend haben wir jetzt eben die situation dass ich es nicht ganz so schön hinbekommen habe mit den lichter ketten wie es gerne wollte und dadurch schade aber es sieht trotzdem schön aus so während ich jetzt so ein bisschen hier knubbel und mache ich habe so ein bisschen überlegt ob vielleicht mehr weihnachtsdeko noch gewünscht ist ich werde eben mal schauen was ich eventuell noch in die nächsten ein zwei wochen dann reinpacke danach macht es aus meiner sich glaube ich keinen sinn mehr und dementsprechend werden wir dann erstmal sehen was wir dann machen ob jetzt eher weihnachten oder wohl eher winter war ja frühling wäre jetzt auch noch zu früh also ich gucke einfach mal was dann so ein bisschen ansteht was vielleicht so ein bisschen wie das wetter auch ist im moment ist es ist ja immer noch recht warm und bzw vereinzelt doch sehr sehr schön noch und dadurch würde ich dann noch mal schauen ansonsten ihr kennt mein spruch schon ich freue mich über jeden abonnenten und über jeden kommentar über jeden daumen nach oben und danke euch da einfach auch sehr und freue mich für jeden oder über jeden der mein video schaut ich mache es wie immer sage ich es auch für mich just for fun ich habe freude daran zu basteln ich habe aber auch freude daran zu filmen das ganze und damit für mich auch erinnerungen zu schaffen und wenn andere davon auch noch was haben freue ich mich natürlich umso mehr und ich lieb es ja dann eben diese erinnerung auch später noch mal anzuschauen ich gucke viele videos noch mal und habe aber eben auch die musik videos die schaue ich eben halt auch sehr viel und habe da eben auch so meine playlist nicht versuchte immer so nach und nach immer mal zu aktualisieren also falls ihr bestimmte sachen sucht wie nur basteln dann geht in die playlist dann immer rein ich glaube ich habe jetzt seit ein paar wochen nicht aktualisiert aber ich werde schauen dass ich es demnächst nochmal mache und dementsprechend schaut da einfach mal rein falls ihr bestimmte sachen sucht das ist wie mit den musik videos dort habe ich auch bestimmte sachen gemacht wie bestimmte bands bestimmte stil richtung und dadurch schaut da einfach dann auch rein wenn ihr wollt das ganze das epoxidharz das muss jetzt dementsprechend trocknen und oder aushärten und dann geht es weiter so und dann geht es los beim entformen ich muss dazu sagen dass eine form sehr sehr schwierig war zum auspacken und die musste ich auch anschneiden ich bin gespannt ich werde dann zum ersten mal eine form noch mal nutzen die angeschnitten ist und wie ich sie wieder so stabil kriege dass nichts rausläuft ich hoffe das funktioniert aber mal gucken also es war gar nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe und habe auch schon mal die lichter kette angemacht damit schon mal zu sehen ist wie die zu sehen sind die lichter und das ist leider auch die form die nicht so einfach war aber was soll's war leider schwieriger genau aber ihr seht schon mein rosa lila weihnachtsmann ich mag ja diese farben ich habe ja so eine chameleon farben die mag ich sehr aufgrund dessen weil die einfach so einen wunderschönen schimmer auch haben und ja dementsprechend lieb ich es und hat auch eine schöne mischung draus gemacht ja ich habe relativ lange versucht das ganze zu machen aber es ging nicht ich musste sie weil ich so lange gebraucht habe habe ich es jetzt auch nicht mit gefilmt gehabt es gibt leider tendenzen wenn ich ein messer in der hand habe haben viele das bedürfnis mir das messer aus der hand zu nehmen aufgrund dessen weil das immer sehr verboten aussieht das kenne ich aber auch vom brötchen aufschneiden wer kennt das noch dass einem dann immer ganz merkwürdig angeschaut wird und aber gut kenne ich leider zu gut dass das einfach öfter passiert und deswegen habe ich es einfach nicht mit gefilmt habe es jetzt auch nicht mit reingenommen und also lasst euch da nicht verunsichern ich habe es einfach aufgeschnitten mit dem messer und konnte dadurch dann den tannenbaum rausnehmen und habe jetzt für mich wieder ein bisschen deko das war das moos was ich noch hatte dann ein paar tannenzweige dann habe ich so ein mit so silberkügelchen habe ich das ganze noch was ich in die mitte packen möchte und ich finde die deko ist nicht zu viel also ja klar weniger kann man auch noch machen aber ich fand es jetzt trotzdem für mich persönlich okay und habe auch alles mit dem heißkleber gemacht ich habe mir jetzt auch falls ihr euch der unterschied aufhält ich habe mir eine heißkleberpistole zugelegt die besser ist also das einzige was passiert ist dass ich mich bisher einmal dass ich reingekommen bin und das dollar heiß war aber gut keine überraschung denke ich mal aufgrund dessen weil heißkleber ist heiß und genau und dann habe ich die ganzen verteilt habe so ein bisschen geschaut wo kann es jetzt am besten hinkommen ähnlich ist es ja auch bei den pilzen gewesen wer das video noch nicht kennt guckt gerne mal in immer auf meinem kanal ist glaube anfang oktober glaube ich online gegangen was ich persönlich total schön finde obwohl ich ja wirklich gar keine ahnung hatte vom heißkleber weil ich bin da immer so ein bisschen dusselig aber was soll's ich habe wie gesagt das ist noch so eine deko die ich auch noch hatte und habe die dementsprechend dann mit dem heißkleber festgeklebt und auch die tannenzapfen und da kann sich jeder frei austoben ich hatte auch noch kleine silberne kügelchen die ich mit rein gemacht habe und das alles ziemlich entspannt ich persönlich finde es jetzt nicht zu überladen es gibt bestimmt welche würden es noch weniger machen oder andere wollen vielleicht noch mehr das sehe ich ja bei mir im wohngebiet auch öfter wenn wenn dann die weihnachtszeit jetzt losgeht dass dann die ganzen ketten lichter ketten und so das schimmert und macht und tut wo ich dann aber denke okay mir zu viel aber ist jeder sein geschmack ich glaube das wird dieses jahr wahrscheinlich auch ein bisschen weniger weil auch da es kostet alles geld viele haben es ja mitbekommen dass einfach viel 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 extrem teuer geworden ist es gibt manche sachen gibt es einfach auch nicht mehr und dementsprechend schaut jeder einfach ein bisschen anders mittlerweile hin und aber wie gesagt ich mag es sehr jetzt seht ihr gleich noch das endergebnis und das einmal im dunkeln auch ich hoffe euch hat das video auch gefallen ihr kommt das nächste mal wieder nächsten sonntag was es dann wird weiß ich noch nicht aber ich denke mir wird irgendwas hübsches einfallen was ich wieder gemacht habe und lasse euch dann daran teilhaben egal ob es jetzt gut oder schlecht geworden ist ich zeige euch das einfach immer weil ich glaube dass auch die schlechten dinge die man nicht so schön geworden sind einfach mit zum leben dazugehören dementsprechend wünsche ich euch also noch mal einen schönen sonntag und bis nächste woche und bis bald tschüss dann bitte abonniere dann ja ja Vielen Dank.